Maroon 5 sagen Pressekonferenz ab Ein ungewöhnlicher Schritt, die ES-Band Maroon 5 im Sänger Adam Levy 39, hat die obligatorische Pressekonferenz vor dem Superbowl abgesagt, wie unter anderem Deadline meldet. Eine Begründung lieferten die Musiker nicht. Von Seiten der National Football League, NFL, heißt es allerdings, die Bands wolle sich auf ihre Halbzeit-Performance bei dem sportlichen Großereignis vorbereiten. Die New England Patriots aus Foxborough, Massachusetts, um Star Quarterback Tom Brady, 41, treten am Sonntag, 3.2. Im Mercedes-Benz Stadion in Atlanta, Georgia, gegen die Football-Mannschaft Los Angeles Rams aus Kalifornien an. Im Mercedes-Benz Stadion in Atlanta, Georgia, gegen die Fußballer, 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 Untertitelung des ZDF, 2020